willkommen zu den heutigen videos heute schauen wir uns auf jeden fall die nächsten drei comic drops auf der wii app an unter anderem schauen wir uns auf jeden fall noch mal ganz kurz den umikurs an und wo es jetzt tendenziell hingehen könnte das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem video willkommen ich bin es dein captain dein video mit den wichtigsten webinars die du da daraus definitiv nicht verpassen soll das neue auf jeden fall wieder mit einer menge comic jobs mit dabei und deswegen würde ich auch sagen starten wir direkt rein ins heute sehr kurze ab dem video als erstes stand würden dieser stelle ganz kurz mit einer sache weil ich dort einfach in der vergangenheit sehr viel nachfrage bekommen habe es ist jetzt ab sofort möglich auch bei mir kanal mitglied zu werden um diesen kanal und zu unterstützen sei es um neues equipment zu kaufen oder zum beispiel um giveaways zu finanzieren das heißt falls du dein interesses schaufeln auf meinem kanal vorbei jetzt würde ich sagen schauen wir uns auch direkt das erste comic an was wir sehen werden und das ist nämlich new avengers hashtag 27 und das wird heute um 17 deutscher zeite droppen aus dem jahre 2004 natürlich wie immer hier mit exklusiven rare wie auch alt track haben an dieser stelle für mich persönlich ist das ganze comic hier wird an dieser stelle ein skip das ganze hat außerdem hier die first appearance von hawk mit drin ja ist an dieser stelle keine schlechte first appearance wir schauen uns mal ganz kurz die edition zahl an hier 7500 stück listenpreis von wie immer 7 gems aber wenn man sich hier mal die go collect daten anschaut dann sieht man doch relativ schnell warum das für mich ein skip ist wir haben hier bei der 9.8 gerade mal ein wert von den etwa 80 dollar das ist einfach für ein comic sehr sehr wenig dementsprechend für mich persönlich ein skip an dieser stelle das nächste comic steht außerdem auch noch vor der und das ist nämlich tarzan of the apes 214 mit natürlich wie immer exklusiven covern hier auch mit dabei das sind die cover die wir hier sehen werden das ganze wird am mittwoch um 17 deutscher zeite droppen für mich persönlich auch wieder hier ein skip einfach aus dem grunde weil wir wenn man sich die daten hier auf go collect anschauen direkt mal sehen ja 9.6 hier gibt es gerade überhaupt zwei gegradet bei 51 dollar ja das ist einfach kein gutes comic muss man ganz klar sagen für leute die die story interessiert das comic an sich auch interessiert kann man das auf jeden fall mitnehmen aber für mich persönlich ist das jedenfalls ein skip dann möchte ich dann schauen wir uns auch direkt das nächste comic an und das ist tatsächlich schon mal ein wenig spannender und zwar nämlich tor hashtag 1 aus dem jahre 1998 mit dem first tor hashtag 1 issue das heißt mit dem ersten fehler der jemals so bei tor passiert ist hier haben wir natürlich wie immer auch exklusive review als track cover und hier sehen wir das ganze einmal für mich persönlich auch an dieser stelle tatsächlich ein skip mir gefallen die cover nicht wirklich gut das ganze wird am donnerstag um 17 deutscher zeiten droppen und wenn wir uns auch noch mal hier die go collect daten anschauen dann sieht man doch relativ schnell gut eine 9.9 gt für 260 dollar sind etwa über den tisch wenn man mal sieht das gibt auch noch ein gegradetes bei einer 9.8 grad mal 69 dollar also wir sprechen jetzt hier auf jeden fall von keinem hochpreisigen comic und dementsprechend für mich auch an dieser stelle ein skip ansonsten würde ich sagen schauen wir mal ganz kurz den umi token an der ist ja momentan weiterhin auf jeden beim abfallen das war aber auf jeden fall auch vorhersehbar wir sind jetzt hier gerade wieder unter den drei nullen und wenn wir uns das ganze jetzt hier auch noch mal auf dem chart anschauen dann sehen wir wissen jetzt insgesamt hier von der top 28 prozent runter beziehungsweise muss man vielleicht mal hier ein bisschen anpassen knapp 30 prozent runter es ist natürlich schon relativ viel wenn man das aber mit dem anstieg vergleich haben wir doch hier auf jeden fall relativ gesunden abfall wir haben jetzt kein hochschießen und wieder komplett auf null fallen wir sehen jetzt ihren leichten abverkauf hier wahrscheinlich in richtung diese zonen und dann wird man sehen ob es dort reagiert oder ob wir weiter abfallen ich persönlich gehe aber davon eher aus dass wir hier reagieren aber bis es soweit ist müssen wir da erstmal noch abwarten deswegen meine devise an dieser stelle den markt auf jeden fall ein bisschen im blick behalten wenn man hier nochmal nachkaufen möchte und ansonsten war es das in dieser stelle heute auch schon wieder mit diesen ganz kurzen themen und updates zu den wichtigsten dingen bei wie wenn dir das ganze video gefallen hat gibt den ganzen video sehr gerne ein like und ansonsten bedanken mich auf etwa riesig bei dir draußen fürs zusehen und uns jetzt noch ein wunderschönen morgen mittag oder abend und bis dann den kapitän